»O Zauberer Simon! Elendes Gefolge, die ihr die Gaben Gottes, die mit Güte vermählt sein müssen, um des Goldes Willen und um des Silbers Willen habt geschändet! Nun mußt für euch auch die Trompete blasen, die, weil ihr büßen müßt, im dritten Graben.« Schon waren wir an seinem Nachbargraben emporgestiegen auf der Klippe Gipfel, die mitten über diesen Graben ragte. »O höchste Weisheit! Welche großen Künste zeigt Himmel, Erde und die böse Hölle! Und wie gerecht hat deine Kraft gerichtet!« Ich sah dort an den Hängen und im Grunde den fahlen Stein von Löchern überzogen, von gleicher Weite und von gleicher Rundung. Sie schienen mir nicht enger und nicht weiter als die in meinem schönen San Giovanni, die dort den Priestern dienen bei der Taufe. Das eine habe ich noch sind's nicht viel Jahre zerschlagen, weil ein Kindlein dreingefallen. Dies sei für jeden ein unbrüglich Zeichen. Aus jedem Schlunde sah man aufwärts ragen die Füße und die Beine eines Sünders bis zu den Waden, und der Rest war drinnen. An allen diesen brannten beide Sohlen, weshalb so heftig die Gelenke zuckten, dass sie ein jedes Tau zerrissen hätten. Wie sonst, wenn fettgetränkte Stoffe brennen, die Flammen auf dem höchsten Ende zucken, so ging's hier von den Fersen zu den Zehen. Wer ist das Meister, der sich so muss plagen und Ärger zucken muss, als die Gefährten, sprach ich, und in den Röterlicht verzehret? Und er zu mir, wenn du willst, dass hinunter an jenen tiefen Abhang ich dich trage, wirst du von ihm und seinen Sünden hören. Und ich, gern, tue ich das, was dir genehm ist. Du bist der Herr und weißt, von deinem Willen weich ich nicht ab und weißt, was ich verschweige. Dann kamen wir zum vierten Grabenrande. Wir kehrten um und stiegen nach der linken zu dem durchlöcherten und engen Grunde. Der gute Meister setzte mich noch nicht nieder vom Rücken, sondern trug mich zu dem Loche dessen, der also weinte mit den Füßen. Wer du auch seist, der auf dem Kopfe steht, traurige Seele, wie ein Pfahl im Boden, sprach ich ihn an, lass, wenn du kannst, dich hören. Ich stand dort wie ein Bruder vor dem falschen Mörder, der, wenn er in das Loch geschlagen, den Beichtiger ruft, um noch den Tod zu bannen. Er aber schrie, stehst du denn schon dort oben? Stehst du denn schon dort oben, Bonifatius? Dann hat die Schrift um Jahre mir gelogen. Hast du das Gut schon so schnell satt bekommen, um dessetwillen du dich nicht gescheut hast, die Schöne zu ergaunern und zu prellen? So wurde mir, wie denen, die fast glauben, weil sie der anderen Antwort nicht verstehen, man höhne ihrer, und die dann verstummen. Da sprach Virgil, du musst ihm sogleich sagen, ich bin nicht der, ich bin nicht der Vermeinte. Und ich gab Antwort, so wie mir geboten. Worauf der Geist die Füße ganz verkrümmte und seufzend sprach mit weinerlicher Stimme zu mir, was willst du also von mir wissen? Wenn dir so viel dran liegt, wär ich gewesen, dass du darum an dies gestarrt gekommen, so wisse denn, ich trug den großen Mantel. Und wahrlich war ich einst der Sohn der Bärin, so gierig, meine Bärlein zu befördern, dass ich dort Gelder hier mich selbst einsteckte. Und unter meinem Kopf sind die anderen, die mir in Simonie vorangegangen, fest eingekeilt in diese Felsenspalte. Ich werde ebenso hinunterfallen, wenn der kommt, denn ich erst in dir vermeinte, als ich so plötzlich meine Frage stellte. Doch fühlte ich länger schon die Füße brennen und bin so köpflings in dem Loch gewesen, als er gepflanzt sein wird mit roten Füßen. Denn nach ihm kommt mit noch viel wüsterem Werke von Westen her ein Hirte ohne Ordnung, der mich und ihn wird überdecken müssen. Er ist ein neuer Jason, wie zu lesen im Akkabeerbuch. Und wie dem milde sein König war, ist ihm der Herr von Frankreich. Ich weiß nicht, war ich dort zu sehr vermessen, denn ich gab ihm auf diese Art zur Antwort. So sag mir nun, wie groß der Schatz gewesen, denn unser Herr von Petrus einst gefordert, als er die Schlüssel in die Hand ihm legte. Gewiß gebot er nur, du sollst mir folgen und weder Petrus noch die anderen nahmen Gold oder Silber von Matthias, als er anstatt der bösen Seele auserkoren. Drum bleibe dort, dich trifft mit Recht die Strafe und hüte wohl die bös erworbenen Gelder, mit denen du dich gegen Karl erkühntest. Und wenn es mir nicht gar verbieten würde, die Ehrfurcht vor den allerhöchsten Schlüsseln, die du im frohen Leben einst besessen, so würde ich noch viel härtere Worte brauchen. Denn euer Geiz bringt unserer Welt Betrübnis, er tritt die Guten und erhebt die Schlechten. Euch Hirten hat erkannt, der Gottesbote, als er einst jene auf den Wassern thronen den Buhlerei mit Königen gesehen, die mit den sieben Köpfen ist geboren und er von den zehn Hörnern der Verstand kam, solange die Tugend ihrem Gatten lieb war. Zum Gotte machtet ihr euch Gold und Silber. Was unterscheidet euch von Götzendienern, als dass ihr hundert und sie einen haben? O Konstantin, wie vielen Unheilsmutter war nicht dein Glaube, aber jene Schenkung, die du dem ersten reichen Vater machtest. Und während ich ihm solche Töne spielte, ob Zorn, ob das Gewissen ihn bedrängte, er stieß gar heftig mit den beiden Sohlen. Ich glaube wohl, mein Führer fand gefallen. Mit so befriedigtem Gesichte folgte er jedem Tone meiner wahren Worte. Er hat mit beiden Armen mich umschlungen. Indem er fest mich an die Brust erhoben, stieg er den Weg zurück, den er gekommen. Er ward nicht müde, mich an sich zu pressen. So trug er mich zum Scheitel jenes Bogens, den Weg vom vierten zu dem fünften Damme. Dort setzte er die Last ganz sanft zu Boden, sanft wegen jener steilen, wilden Klippe, die selbst in Ziegen harte Steige wäre. Dann hat sich mir ein neues Tal erschlossen. Und dann schloss ich mir. Das war's. Vielen Dank.